Ganz nur wir sollten wir früh mehr aufeinander schauen Wofür soll ich's zum Gebenlohn? Wofür soll ich's zum Gebenlohn? Wofür soll ich's zum Gebenlohn? und Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wie geht's dir eigentlich? Denkst du doch genauso? In etwa so wie ich, geht's dir doch genauso? Wie geht's dir eigentlich? So wie geht's dir eigentlich? So lange ihr mich erinnern kommt, fand ich wünschen, euer wieder von vorn. Wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Denkst du doch genauso? In etwa so wie ich, geht's dir doch genauso? Wie geht's dir eigentlich? So wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir eigentlich? Vielen Dank.